Ich hab vergessen, dass ich noch, ähm, praktisch vier Primal Charms als Backup machen muss, damit welche, falls welche verloren tuten gehen, tuten. Okay. Sehr schleppend. Die Purple Quest ist doof. Ja, Madness. Ah, hier ne, hier ist ein Primal Charm. Das geht eigentlich... Ach, das ist auch nicht leicht. Okay. Okay. Also von jedem vier, vier Sailes Mondes und dann acht Gold. Haben wir Manaborn? Ich glaub nicht. Also nehm ich zwei Essences und irgendeine Scharte. Okay. Okay. Produzieren wir Wolle? Ja. Zu langsam. Dann geh unten mal die Bäume abernten. Wir produzieren keine Wolle, weil die Schafe alle blank sind. Ja, aber die wachsen nach. Nein, die wachsen nur nach, wenn sie Gras fressen. Baum, Baum, Baum. Garntet ihr mal ab. Die wachsen nämlich wirklich nur nach, wenn sie Gras fressen können. Hm, dann machen sie die Bäume. Und das muss ja auch instantaneously, ne? Also die fressen das Gras und dann haben die wieder Fell. Ja. Ha, ha, ha. Guckischerweise. Wie soll ich brauch vier Primal Charms, ne? Ja. Ja, das geht mir grad ähnlich. Also wenn man meine Aufnahme, meine nicht vorhandene Aufnahme anschauen würde. Ich sähe das auch nicht so viel geiler aus. Haben wir irgendeine Axt mit Looting? Ja, wir haben doch die Infi- die Bound Eggs, ne? Genau. Der verdammte Kaffee auch. Will einfach nicht kommen. Wieso sieht die Bound Eggs aus wie ein... ... ne Kugel in meiner Hand? Was? Ähm, du musstest erst öffnen. Oder aktivieren. Rechtsklick, Schrift-Rechtsklick. Ah, Schrift-Rechtsklick, okay. Abbaudeck, ja. Current Owner, ich, okay. Solltest sie halt nachbenutzen, wenn sie in diese Gruppe zurückbringen. Klar. Ich meine, die funktioniert eh nicht. Also, das Looting funktioniert auf jeden Fall nicht auf den, ähm... Auf den Enfused Stones. Leider. Schön es auch wäre. Ob nun jetzt endlich Kaffee. Ja. Immer nervig, das tun zu müssen, so, ne? Mhm. Oh Mann, diese Legs. Wie gesagt, was bin ich froh, dass ich meine Bars ist hier weiter wegstehen hab, dass ich hier ein bisschen flüssiger spielen kann. Ne, ich meine jetzt, äh, ping. Was ist denn passiert? Ja, weil es fünf Sekunden dauert, bis die Blöcke zerstört werden. Da fängt er aber auch mit an dir. Umso langsamer du brauchst, den Block selber abzubauen, umso länger braucht der, um wirklich wieder mal zu despawnen. Hä? Nein, ich meine, ich... ...dick zum Beispiel, äh, der... ...und er hat fünf Sekunden, und erst dann springt das Item. Ähm, ja, ich, 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 ich kenne das. Aber, ähm, wenn es zum Beispiel sind, sind sicher, ich sag's mal so, wenn du Obsidian mit der Hand abbaust, das dauert... ...Jahre, ne? So. Und da braucht der genau so lange, das ist oft so wenigstens, ähm, nochmal, um zu registrieren, dass das so ist. Wenn du denselben mit der Diamantspizzacke abbaust, braucht das nur noch viel weniger lang. Das ist mir einfach schon mehrfach aufgefallen. Mehr wollte ich nicht gesagt haben. Hm. Das heißt, wenn du Erde mit der Diamantspizzacke abbaust, oder so, ähm, droppt das auch was schneller. So meine Entdeckung. Ob das stimmt, ist natürlich immer... ...immer nicht so sicher. Auch mehr Schweine und mehr Hühner. ... ... ... ... ... ... Das ist aber ein Lieder. Auch eine interessante Kombination. Bindlich nicht. Irgendwie viel Goldrüstung. Alles einzeln liegen drin. Alles andere wäre ja Blasphemie. Nicht nichts, das war... Na ja, ja, ja. Verstanden. Das waren zuerst müssen, dass sie die nicht haben. Ach so. Haben wir eigentlich eine Silk Touch Shovel? Wahrscheinlich nicht. Aber wir haben Bücher mit Silk Touch und wir haben einen Anvil und wir haben genug Diamantschaufeln. Mit dem Anvil geht das nicht, habe ich schon probiert. Warum kriegen wir diese scheiß Bücher dann eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Warum sind hier deine Legendary Bags drin, so? Trall. Sehr wahrscheinlich genau deswegen. So dumm. Hat sich da nicht mal irgendwann mal was gemacht? Also, gelb, rot, blau, grün, weiß, schwarz. Die Reihenfolge ist wichtig. Gelb. Rot, blau, okay, da habe ich es. Das ist ein Barstuhl. Es gibt auch ein Golden Egg. Ja. Das war Griefer. Griefer? Griefer. Wie dumm. Na? Ich brauche Gras. Das wusste ich schon vorher. Was machen wir jetzt? Gras anbauen. Was für Gras brauchst du denn? Ähm, grünes. Aha. Junge. Hm? Was für Gras brauchst du jetzt? Für Schaffarm. Ach so, so ein Gras meinst du? Das ist genau aus deinem Mund kommt. Oh Mann. Wieso genau aus meinem Mund? Das sagt doch eigentlich genau das Ausdicht zuerst, das andere in Betracht gezogen hat, oder nicht? Ich sauge die Lebensenergie von armen und entschuldigen Auren. Tra la 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 la. Und nicht nur Mako sein Schwert. Äh, äh. Leih mir deine Stärke, oder wie? Leih mir dein Looting. Äh, das kann ich selbst. So, also was willst du gelootet haben? Die Kühe. Ich, ach, die Kühe. Was brauchst du denn? Viel Leder. Okay, dann geben wir den Kühen ans Leder. Wo sind die Kühe? Hier. Hier ist so ein toller Ausdruck, weißt du? Ja, wo Markus auch durch die Gegend geht. Erfahm halt. Alle Kühe killen? Nein, nur zwei oder drei. Warum nicht alle? Weil das nicht nachhaltig ist. Wie viel Leder brauchst du denn? So viel wie möglich. Wie gesagt, zwei bis drei Kühe reichen. Den Rest kann ich mir selber machen. Aber mit den Federn passt das nicht so, also... Mit dem Leder ist das nicht so wie mit den Federn, also bevor du das denkst. Weil... Weil ich jetzt acht Leder gekriegt hab von den drei Kühen. Ja, reicht ja. Aber elf Fleisch. So, wo bist denn du? Da. Also hier leckt es einfach zu stark für mich. Ich muss zurück in meine zurückgezogene Ecke. Mit einem riesigen Dieb. Dahin wieder, so. Ich finde es interessant, dass irgendwie mein Fish & Chips mittlerweile irgendwelche blauen Partikel abgibt. Blaue Metall... Also blau-graue Partikel, wenn ich das Futter... So ein bisschen als so ein bisschen wie bestimmte Items von der ME-Liste. ME-Liste halt. Keine Ahnung. Ich denke, ich hab das schon ganz weit im Inventar auch, also wahrscheinlich ist es einfach alt geworden. Blau-grau angelaufen. Innen drin. Äh, dasselbe nochmal mit Schweinen. Ach, ja. Noch Schwein haben. Diesmal allerdings hier. Und die vier hier noch? Wie viel war das jetzt insgesamt bei den drei Schweinen? Elf, bei drei Schweinen ist ein guter Ausbeuter. Von wegen, Whirlwind. Ich kriege hier ständig von irgendwelchen Viechern Pfeile ab. Whirlwind für'n Arsch. Oder blockt das nur Pfeile, die in Richtung Beine gehen? Nein, ich glaube, das blockt Pfeile, die auf dich gerichtet sind. Wow. Haben wir eigentlich noch ne Gießkanne? Ja, wahrscheinlich. Ah, da ist sie. Wo müssen wir die Austern gießen? Nein, ich muss Gras gießen. Ach, das ist natürlich auch. Nein, ich glaube, da kann ich dir helfen. Wenn das da überhaupt wächst. Na, tu das. Hui. Ähm. Du bist hier, oder? Ja, nein. Auf einen Rücken, die komplette Fläche begrast. Jetzt bin ich hier. Ich auch, ich auch. Jetzt bist du zu spät. Jetzt bin ich zu spät, offenbar. Die komplette Fläche, meine Güte. Da sind zwei Flächen unter dem Glas, wo noch nicht hier... Ja, halt fast. Sehr dirt. So. Fast. Und so. Gut, dass ich keinen Voidschaden mehr bekomme. Du tust. Gut, dass ich theoretisch fliegen kann. Praktisch ist aber wahrscheinlich nicht schaffe, das zu aktivieren bei drei Frames der Minute. Hier hinten bei meinem Zeug ist wirklich der einzige Ort, wo ich leben kann. Apropos hinten bei meinem Zeug. Theoretisch wäre ich für die gewagte Mission dieses letzten Stabes bereit. Oh. Wenn wir versagen, was gut sein kann, machen wir das einfach auf Screen. Weil nochmal werde ich den ganzen Teil nicht holen. Ja. Ich brauche nur noch etwa 450 Blöcke. Also wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Rods, die wir an drei Leute verteilen müssen. Und eben die sechs Primal Charms. Also die drei, also vier Primal Charms. Also jeder kriegt... Warum langweilig? Weil ich gerade 500 Blöcke lang nach oben fliegen muss. Schiefste Schwärze. Ach so. Ich bin nur begleift von ein paar 40 Blöcke vor den Blöcke. Tja. Kann mir jemanden ein Muster erzeichnen und ob die irgendwelchen Algorithmen folgen? Schiefste. So, erstmal kurz die genaue Ausrichtung. Eins, zwei, also voran, also in der Mitte des Silverwood Rod, voran und hinten die Primal Charms. Warte. Dein Ernst? Was denn? Ich habe einfach die Silverwood Rod vergessen. Okay, dann bin ich nochmal weg. Ja, dann sei denn nochmal weg. Ich denke, jetzt ist die Silverwood da noch am teuersten, ne? Ich finde das schön, ich kann die Hühner direkt beim Spawn aufschließen. Ach, ich brauche für eine Silverwood. Ach, Silverwood Wand Core praktisch. Okay. Okay. Ich habe gerade sechs Primal Charms. Und die kriegen ja nach und nach irgendwelche Effekte, diese Primal Charms, ne? Wait, did it just flash your seventh color? Wait. Da steht das Silverwood jetzt auch dran. Das eine war gerade, es ist, ähm, vibrating violently, das tut es jetzt nicht mehr. Kraft, die nicht. It seems to be leaking. Also, der, der läuft aus. Tumming ist quite soothing. Alter, ich glaube, ich werde hier paranoid. Was? Es sind sechs von diesen Charms drin, die hier. Sieben auch an den Golems, wenn du ernst. Ja. Oh ja. So. Oh yeah. Oh. Oh yeah. So. So. Ich hab grad ein paar Schweine gespawnt und da sind irgendwie nur zwei rausgekommen, wo es eigentlich sechs oder sieben Seiten hätten. Hm. Nein! Was war das denn jetzt? Bin wohl nicht gefallen. Du kannst nicht fliegen. Äh, nö. Das ist doof. Vor allem nimmt er Wortschaden. Japp. Kannst mich zählen? Copy, kannst du das machen? Nein. Also wahrscheinlich kann ich's, aber praktisch werd ich wahrscheinlich hart failen, aber okay. Einfach in Wasser stehen. Ich bin nur weg, Skoggle, Snowfire. Ja, ist klar. Ich hab nur gerade gelernt, dass ich mich nicht zu den Auslandstellen da... Ich bin noch nicht drin, meine Güte. Ich geh wieder raus oder sterbe. Hm. Ich hab grad keinen Schaden genommen für ne kurze Zeit. Mir fehlt ein großer Wasser... Ich spawnte ja an der selben Stelle, wo ich stehe, oder? Ja. Dann kann ich mich auch da hinstellen. Nein, ne... Nein. Meine Güte... Würde ausdauen. Äh. Flash... Erstmal deinen Namen, ne? Mhm. Genau. Kann man das nicht mehr mit Tab machen? Durchschalten? Nein? November Omnis. Bin jetzt grad nicht um. Ah. Muss ich jetzt groß schreiben, oder recht klein? Nein, ich würde eigentlich reichen. Ich schreibe es einfach mal komplett richtig. Einfach nur als Wichtigkeit. Na dann. Dann mein Name dahinter. TP. Noob Gurke ist noch Feuer. Passed you. Dann komm ich mal rein. Das war knapp, meine Fresse. Das war sehr knapp. 2... 4 HP praktisch für dich noch. Meine Fresse. Zwei Herzen hattest du noch. Du bewegst dich nicht. Weil ich immer noch nicht da bin. Achso, also bei mir stehst du auf jeden Fall schon im Wasser hier. Okay, das ist gut zu wissen, weil ich bin grad auf minus 2000. Nehmst du keinen Schaden, nehm ich. Ne, ich nehm keinen Schaden. Sagen wir so, von den 40 Herzen, die ich in deiner Leiste sehe, sind noch zwei rot. Also... Ich würd' dich jetzt hauen, damit du vielleicht hier oben spawnst, aber da verreckst du. Hm. Vor allem bist du in kompletter Diamantrüstung. Ah. Platsch. Und ich hatte Flug. Dein Ernst? Ja, das hat irgendwie nicht getriggert. Ah. Ich hätt' dacht, die Potion ist ausgelaufen, aber okay. Doch, dein Buch. Theoretisch. Ja, das hab' ich zu spät gemerkt, da war ich schon ganz weit unten. Warst du in der Range oder wie? Hm? Nee. Es war einfach zu spät, ich wär' gestorben, hätte ich mein Buch aus meinem Backpack rausgekramt. Und so weiter.